so weiter geht noch mal noch was essen wir brauchen mal dringend richtig doll ausbauen ich habe noch eine kartoffel für dich aber ich muss eigentlich selbst essen ich nehme mal die rohen kartoffeln wie ronimo jetzt auch immer geil wie schnell der heide heißen jetzt 300 kilometer entfernen ich bin genau einen anderen weg gelaufen das ist einfach mir vorbei und wollte dir scheiße der holten steiner vogel passiert ja alter der zwischendurch intelligenz ja dann das so das müssen wir abstechen ja wo bist du denn ja ich glaube wir sind noch nicht so eine insel gewappnet au ich bin fast tot muss erst wieder heilen ich gehe mal kurz gelang dem wildschwein aus ich wusste oder ich muss immer noch zu essen suchen ich habe gerade nichts ausgewichen stein trägst wildschwein ist sich auf dieser irgendwie gibt es auch wirklich gar nichts das wird dich nicht loslassen und du vogel haa ich bin schon wieder dann denkst du ausgewichen ich bin die ganze zeit von so einem scheiß wildschwein weg kann eben nicht helfen muss einmal mein leben regenerieren ja denkst du dich nicht ich bin aber wieder auf den strand gegangen es scheint es nicht nur zu lassen das mal ah nee das ist einfach nur dem mit gerannt haha jetzt bin ich ein wassertrecksvieh oh shit da hinten ist so high aha blöder vogel ich bin gerade auf dem boot oh hier ist eine höle genau dann wann der high anfängt zu beißen eine höhle ist was ist da drin guck gerade ja ich brauche mal eine schaufel ja gut eine schaufel können wir noch nicht machen oh pilze höhlenpilze essen die waren glaube ich ganz ok noch mehr pilze essen essen und eine kiste wow und dolzen toll ich fange mal an eine runde zu tauchen ok ja mach mal ich hoffe der high lässt mich in Ruhe also bis jetzt lässt du mich in Ruhe holen nee ey dieser Vogel diese Tiere haben alle so eine künstliche Delegenz das ist ja echt der high scheint mich nicht in Ruhe zu lassen ich sehe auch gar keine Ärzte ja er dreht wieder um zu mir ich bin fast tot will ich nur so anmerken und ich bin Kilometer weit los entfernt ja ich sterb viel spaß ich muss mich holen das kann ich nicht holen doch im Wasser aufheben und ins Bett legen ja mhm ich 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 begeg's auch selbstmord ne ist klar Digga du kannst bestimmt nen Hit vom High aushalten ich bin eh ich hab auch nur ich bin auch noch unter dem Strich und ich hätte jetzt mal der scheiß Vogel abwirft und das Glück schon angreift ich muss immer wieder zum Floß zurück finden ich bin hier noch grad irgendwo rum was ist denn da scheiß los was ist denn da scheiß los was ist denn da scheiß los im Wasser ja wo im Wasser auf der Strandseite der Insel also so schwer wird es doch nicht zu finden sein so ich laufe dir jetzt halt am Strand lang hoch einfach im Wasser also da da ja ich war auf einer ganz anderen Seite der Insel woher soll ich nicht wissen wo du bist rechts lang ja ich seh dich schon der High kommt schon der High kommt schon ja er berührt mich nicht mal und trifft mich ja dass ich letztlich hochliegen kann zuerst bisschen aufpasst Max Freiheit auf der Seite so die High-Maske hast du natürlich ex ja da greift dich ja trotzdem an also das mit diesem ja dann greift dich nicht an war auch kompletter Bullshit bleh wie wie Sag mal, diese blöden Wellen, ne? Wir können doch einfach wegfahren und eine andere Insel suchen, weil ganz ehrlich, für diese sind wir ja nicht gehandelt. Wir haben eh schon das, was wir brauchen, die Truhe haben wir ja. So, wir können mal was erforschen. So, Abi. Gut, dass es uns doch nichts bringt, weil wir kein... Ah, doch, wir brauchen eine Bolzen dafür. Laber. Weil eine Bolzen habe ich. Also eins von den Sachen kann ich machen. Eine Bolzen habe ich. Krieg ich noch einen Nägel? Ne, habe ich schon. Kann ich einen Einbau erforschen? Ne. Also was du auch immer machen willst, was beim Wächtigen... Oh, wir können Steine erforschen. Ah, dann haben wir das noch nicht gemacht. Stein, Pfeil, uh. Und? Ja, okay. Kann ich eine Muschel? Ne, kann ich eine Planke erforschen? Das wäre es für jetzt, in Folge. Wir sind Bogen und Pfeil. Ah, das war wirklich schwein. Nimmst du dich. Nein, mit Bolzen habe ich sogar schon erforscht einmal. Leben brauchen wir. Können schon mir erforschen. Können wir Lager. Ja, aber bringt uns eigentlich noch gar nichts. Wir brauchen jetzt langsam mal Leben. Also, ich weiß nicht, wie wir das halt in der Woche machen wollen, wenn wir spielen. Na, das ist die Frage. Aber jetzt brauchen wir eh erstmal Leben. Wie gesagt, heute habe ich eigentlich auch kaum Zeit. Ja, passt ja. Ja, ich glaube, vielleicht bin ich auch um halb schon wieder weg. Ich weiß es noch nicht. Wenn es so ist, dann ist es so. Nicht, dass du dann wieder die Lust verlierst. Ich kenne dich ja. Wenn man Welten spielt. Ne, überhaupt hätte ich Bock durchzuzocken. Ach, Digga. Wie bei BeForest damals, ne? Hallo, hör doch auf. Ey, der Vorles haben wir durchgespielt. Ja, meine ich ja. Nein. Da links kommt ein Flos. Vielleicht komme ich da hin. Noch mit meinem Paddel. Und das war jetzt mal noch schön ganz lange zuerst. Und das auf den Inseln. Ne, so viel habe ich nicht gespielt. Bring mal in die Böge. Und dann auf den Wetter. Also. Ja, das Flos hat ich noch bekommen. Und das auf den Inseln. Oh, perfekt. Mit Bäumen. Also, da waren wir noch nicht. Paddel ich ihn direkt weiter. In die Richtung. So, dann kannst du schon mal hier das Flos hat er abholen. Oh, ich glaube, ich habe Glas gekriegt. Oh, das kannst du direkt davor schon. Wir brauchen drei Steine und vier Seile. Das brauchen wir. Ja, ey, wir brauchen drei Steine und vier Seile. Ich habe zwei Seile und sechs Steine. Kannst du zwei Seile noch machen? Weil wir machen Anker. Anker, wollen wir den Anker denn? Vorletztes, glaube ich. Perfekt. Ein Wurfanker. Wir brauchen mal ein Segel. Wieder Hunger, jetzt gibt es echt nicht. Ich habe auch Hunger. Warte, du kannst angeln. Während ich paddel. Ich habe dir die Angel hingeworfen. Wir brauchen trinken. Ich muss beides trinken und essen. Trinken wird weggemacht. Und essen. Ja. Ich muss andere füllen. Ich muss schon wieder ein neues Paddel machen. Hey. Oh, hast du fünf Kunststoff? Und, äh, Seile? Fünf Kunststoff? Ne, Seile habe ich nicht mehr. Ich habe fünf Kunststoff. Hast du Plätter? Ja. Dann gibt man vier Plätter und fünf Kunststoff. Sonst kommen wir nicht zur Insel. Ich habe nur drei Kunststoff. Ja, gut. Äh. Warte, zwei haben wir schon gerade deinen Kunststoff gegeben, oder? Ja. Ah, zwei fehlen uns. Gut, das war es mit Denzel. Ich brauche Essen. Ich auch. Ich bin fast zu Pläder. Warum kann ich den Palkop nicht einfach abfackeln? Wow, der Fisch spricht ja viel. Besser ist nix. Wow. Hast keinen zweiten? Nein. Brauche ich das Wasser. Da bist du immer noch am verdorsten. Sonst tue ich unsere Wasserversicht, was da vielleicht wächst. Bessern. Wir brauchen diesen besseren Reiniger unbedingt. Ja. Ja, der wird sinnvoll. Die Kerzenflasche, wow. Dann haben wir jetzt sogar zwei davon. Hier ist dich. Alter, Schuh. Oha, Maschine. Hast du immer noch Hunger? Das ist aber mein. Ja, ich bin kurz beim Abnippen. Oder ein S. Oh, da steht ein Schuh. Oha. Komm schon. Wird doch fertig. Wie lange wir da noch kochen? Ja, einen Millimeter habe ich noch. Jetzt habe ich nichts mehr. Danke. Oh, da hat es gut ausgegeben. Hab ich auch schon wieder Hunger? Na, ich habe mir das auch nochmal angemacht. Dann angehen wir jetzt einfach zu zweit. Ist jetzt so. Oh, guck mal, dass es da auf uns zukommt. Ey, eine Insel. Und das ist keine kleine. Nee. Du hast einen Anker ja noch. Ja. Du siehst bis jetzt aus, ob ich keinen Paddel dafür machen müsste. Oh ja, wir treiben perfekt dafür. Vielleicht dreht unser Boot automatisch den Umgang auf. Wäre nicht so gut. Ich mache mir trotzdem mal ein Paddel, weil... Oh, mein Angang ist kaputt. Ja. 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 Wir spielen nur auf normal. Wart ab, als würden wir auf hart spielen würden. Dann würde ich das Spiel schon längst wieder gelöscht. Ja. Mhm. Ich würde sagen, an einer Insel können wir gut die Folge wieder beenden. Oh, ich habe schon Bock, die Insel noch zu erkunden. Hm? Ja, wo hast du Bock? Den sind schon noch zu erkunden. Ja, weil du, ich habe dir gesagt, ich habe wenig Zeit. Ja. Ja, wala, der Heil kommt. Oh! Es tut! Essen! Und das sind nicht gerade wenig. Ja, gut. Kannst du einen Anker werfen. Hier ist eine magische Miesmuschel. So, wir sagen, bedanke mich für die Zuschauer. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Exactly. Ja, jawoll. Und jetzt